Ich grüße jeden von euch an diesem schönen Tag wieder im wunderbaren Namen Jesu Christi. Wir gehen weiterhin in unserem Bibelstudium, in das Buch Daniel und wir sind heute im Kapitel 6. Wir machen wieder einen Sprung zurück. Geschichtlich passt es so und es geht um Daniel in der Löwengrube und ich glaube jeder von euch hat schon bestimmt in der Kinderstunde die Geschichte gehört. Daniel in der Löwengrube und was alles da passiert ist, darum werde ich heute es nicht lesen, den ganzen Kapitel, sondern werde mal Stück für Stück mal angehen, gedankenweise. Aber sehr interessant, was damals mit Daniel passiert ist, wie dieser König Darius, er wollte ihn nicht in die Löwengrube schmeißen, aber es ist so passiert. Warum werden wir jetzt gleich eins nach dem anderen erfahren, aber zuerst lasst uns noch beten. Vater, danke, dass wir hier sind, dass wir dein Wort wieder anschauen dürfen und studieren dürfen und ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass wir wieder neu erfahren dürfen, dass du gut zu uns bist. Vater, wir danken dir für das alte Testament, für das Buch Daniel. In dem Buch gibt es so vieles, was wir heute wieder neu lernen dürfen, Tag für Tag. In diesem Buch sind deine Wahrheiten für uns da und ich bete, dass du dieses Wort jetzt segnest, dass du dieses Kapitel oder durch dieses Kapitel zu uns sprichst. Danke dafür und wir ehren dich, wir beten dich an, in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, lass uns mal jetzt den Kapitel 6 anschauen. Wie gesagt, ich werde es nicht lesen, aber wir werden den Punkt 1 auf euren Zettel, übrigens die Zettel kann man auch auf unserer Homepage runterladen, wenn man auf die Übelstunde geht, Daniel Buch, dann kann man auch die Zettel, die Skripte sind alle da, kann man runterladen und da mitgehen, was alles da, ja in diesen allen Kapiteln wir schon durchgegangen sind, aber jetzt will ich den Punkt 1 mit uns vorlesen. König Darius regierte nach dem Fall des Babylonischen Reiches als ein sogenannter Unterkönig kurze Zeit in Babylon. Nach seinem Tod übernahm der persische König Kyros die Macht über die ganze damalige Welt. Die Prophezeiungen für diese Welt oder für diese Zeit, die Gott durch seine Propheten ausgesprochen hatte, gingen nun auch buchstreblich in Erfüllung. Wir wissen aus dem Alten Testament oder aus vielen Büchern, dass Gott durch viele Propheten auch damals gesagt hat, dass eines Tages ein König geboren wird und dieser König, er wird sein Volk Israel nach Israel wieder zurückführen lassen, mit viel Gold, Silber und mit allem mit viel Geld, damit das Volk Israel die Stadt Jerusalem und der Tempel wieder aufbauen soll. Weil die Stadt war zerstört durch Babylonier, schon 70 Jahre war der Tempel auch zerstört und keine Opfer und keine Gottesdienste war im Land Israel. Und nun sagte Gott, dass dieser König, wenn er geboren wird, wird er eines Tages König sein und dieser König, er wird das Volk Israel nach Hause oder nach Israel wieder zurückschicken. Und das lassen wir uns mal in Jesaja, Kapitel 45, Vers 1 bis 4 lesen. Dieser Prophet Jesaja, er lebte vielleicht 200 Jahre früher, als dieser König Kiros lebte, aber er hat schon im Blick auf diese Prophezeiung Gottes schon gesagt, dass dieser Kiros, dieser König in Babylon leben wird und er wird das Volk Israel nach Hause führen. Okay, lassen wir mal lesen. So spricht der Herr zu Kiros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Und das geht auf die Stadt Babylon, wo Kiros oder sein Volk oder Persen, die mehr der Perser, also die Stadt Babylon erobert haben und die Türe waren offen und die Tore waren offen und keiner hat es verschließen können. Gott sagt, ich werde es öffnen und ich werde dir diese Stadt oder diese Länder geben. Vers 2, ich selbst will vor dir Herz sehen und das Hügelige eben machen. Ich will ihre Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs, meines Knechtes und Israels, meines Außerwähltenwillen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Sehr interessant, was Gott hier sagt. Er sagt, um meines Volkes Willen, um Jakobs Willen, habe ich dich ausgewählt. Sehr interessant. Gott hat einen Plan für jedes Volk, aber für sein Volk Israel ganz besonders. Und er versucht, Könige auch da heranzuziehen in der Geschichte des Volkes Israel und sagt, ich habe dich, Kyros, erwählt, damit du das erfüllst und das tust, was ich mit meinem Volk Israel vorhabe. Und dieser Kyros, er sollte das Volk Israel nach Hause schicken oder nach 70 Jahren wieder in die Freiheit geleiten. Im zweiten Chronikbuch, im Kapitel 46, finden wir eine interessante Geschichte. Die Chronikbücher, die haben schon damals geschrieben, gesagt, in zweiter Chronik, Kapitel 36, 22 bis 23, lesen wir, Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mond Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen. In Jerusalem, das in Judäa ist, wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr, sein Gott und er ziehe hinauf. Nochmal diese Chronikbücherschreiber, die haben schon vorausgesagt, dass dieser König Kyros nach 70 Jahren, nach den Prophezeiungen von Jeremia, auch schicken wird. Und Gott bestätigt oft sein Wort mit zwei, drei Zeugen, wissen wir aus der Bibel, oder? Mit zwei, drei Zeugen wird sein Wort bestätigt. Und da ist noch ein Wort aus Ezra, Kapitel 1, Vers 1 bis 4, wie Gott nochmal bestätigt diesen Ezra, wo er dieses Buch geschrieben hat, das Gott tatsächlich so getan hat. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, nochmal, damit das Wort des Herrn sich erfüllen soll. Gott hat immer einen Plan. Und Gott weiß ganz genau, was passieren wird. Er weiß auch heute, wie viele Könige auf Erden, wie viele Präsidenten, wie viele Premierminister da sind. Er weiß und kennt jedes Land. Und er setzt Könige ein, sagt uns das Wort, und er setzt Könige ab. Und er lenkt die Herzen sogar, der Könige, wie Wasserbäche. Schön interessant, ne? Gott lenkt alles. Und darum ist heute die Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte ist alles in der Hand Gottes. Gott weiß. Und wenn wir denken, irgendwelche Dinge heute passieren, und Gott sieht es nicht, Gott kann es nicht merken, oder Gott hat irgendwas nicht so geplant. Gott hat alles geplant, meine Lieben. Und das ist so wichtig, dass alles in der Hand Gottes ist. Sogar diesen heidnischen König nimmt Gott und sagt so, dich will ich haben. Sogar Jesaja sagt, er ist sein Gesalter, er ist sein Hirte, er ist sein Knecht. Gott tut und macht seine Geschichte, wie er es will. Eigentlich im Garten Eden hat Gott eine andere Geschichte geplant damals, mit Adam und Eva. Er hat den Plan A gehabt. Aber die zwei Menschen, wissen wir, die haben versagt. Und dann musste Gott den Plan B mit ihnen gehen, obwohl er wusste, wie es ausgehen wird. Aber er hat was ganz anderes. Dann musste er an einen anderen Plan gehen, weil die versagt haben, weil die nicht seinen Anweisungen oder seinen Prinzipien oder seinem Wort gehorcht haben. Und darum geht Gott den Plan B. Aber er wusste von Anfang an schon, dass so kommen wird, dass eines Tages Jesus auf diese Erde kommen wird. Und Jesus wird für uns, für dich und für mich sterben. Und darum, Gottes Plan ist gut. Gott wusste alles und darum geht er seinen Plan weiter. Da erweckte der Herr den Geist des Kyrus, des Königs von Persen, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyrus, der König von Persen, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen. In Jerusalem, das in Judäa ist, wer irgend unter euch zu seiner Folge gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Judäa ist und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich auch als Fremdling auffällt, dem sollen die Leute seines Ortes, schaut mal, helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh, sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Dieser Kyrus, er wusste, Gott hat ihm, ihn beauftragt, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Sehr interessant, nicht? Nicht die, die Fromme, die die gläubigen Juden werden das Haus bauen sollen, die werden ja die Hand anlegen müssen, aber der Kyrus, der heidnische König, ist von Gott beauftragt, dieses Haus Gottes zu bauen. Wenn Gott jemand beauftragt, meine Lieben, wenn Gott etwas freisetzt, auch die Finanzen, dann ist es bei Gott kein Problem. Wie und was. Aber das Volk hat klar gebetet, Daniel hat gebetet für sein Volk und damit sie eines Tages wieder zurückgehen. Und Gott hat versprochen, nach 70 Jahren werdet ihr zurückgehen. Okay, aber jetzt mal zurück wieder zum Darius, zu dem König Darius. Unser zweiter Punkt. Die Regierungsformen, mit der Hilfe Darius das Reich verwaltete, bestand unter anderem darin, dass er 120 Satrapen oder Stadthalter über das Reich einsetzte. Wir wissen, das war ein sehr großes Reich und dieser Darius brauchte, oder er hatte 120 Stadthalter, die über alles, jedes Land gesetzt worden sind und das war gut so für ihn. Drei Minister, die dem König direkt unterstanden, sollten zudem als diese Stadthalter Rechenschaft über ihren Dienst ablegen. Einer dieser drei Minister war Daniel. Er besaß etwas, was all die anderen nicht hatten, nämlich den Geist Gottes, die ihn leitete. König Darius wollte ihn aufgrund seiner Weisheit über das ganze Reich einsetzen, doch würde dies nicht den Neid der anderen hervorrufen? Ist es nicht so bei uns Menschen, wenn einem es gut geht, wenn Gott ihn sehnt, dann sind die anderen ein bisschen neidisch, dann sagen, ihm geht es gut, ich muss das und das immer erleiden, ich habe nichts so gut wie er, Gott segnet ihn über die Maßen. Es sind so ein bisschen Menschen, ja, da in unseren Herzen oft, ich hoffe in uns nicht, aber ich meine, allgemein in einem Menschen ist so eine Wurzel des Neides. Wisst ihr, warum, von wo sie kommt? Sie kommen noch vom Garten Eden, wo dieser Satan noch diesen Same eingepflanzt hat, die sind zwei und da kam alles mit, Stolz, Neid und alle anderen bösen Dinge. Und darum sitzt es oft in den vielen Herzen der Menschen, die jetzt noch nicht gereinigt sind, Herzen, die jetzt noch ohne Gott leben, diese Wurzel. Und wenn einem ein bisschen besser geht, dann kommt der Neid. Und wisst ihr, der Neid ist so schlimm. Habt ihr das schon auch erfahren? Wenn Menschen neidisch sind, da kann so viel Böses passieren. Und da waren auch die Menschen, obwohl die Minister und Zertrappen einen guten Job hatten damals im Reich bei den Meden und Persern und bestimmt auch die haben gutes Geld bekommen vom König und doch, der Neid war da. Warum? Weil einer sollte über die herrschen. Und wisst ihr, dieser war eigentlich von den Gefangenen, haben die später gesagt. Daniel war einer von denen, die jetzt von Judäa kamen. Es war ein Jude und er sollte über Perser, über Meder herrschen. Das geht doch gar nicht. Und da, wirklich, es war ganz schlimm, wie es gleich ausgehen wird. Wir gehen mal jetzt weiter hin. Aber zuvor, lasst uns mal 4. Buch Mose 14 anschauen, 23 und 24. Da wird uns nochmal von einem Mann gesagt, der auch einen scharfen Geist hatte oder der so stark auf Gott vertraute, dass er alles bereit war zu geben, auch damals in der Wüste. Er hieß nämlich Kaleb. Lass uns mal dieses Wort lesen im 4. Buch Mose Kapitel 14. Als Gott zu Jose oder zu Mose spricht, dass Gott auch das Volk Israel in das neue Land führen wird und was da alles sein wird und wer da reinkommen darf. Keiner soll das Land sehen, dass ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Damals in der Wüste, wissen wir, die Menschen haben Gott nicht geglaubt, sie haben ihn verachtet. Sie haben gesagt, nein, wir können nicht dort reingehen, in das gelobte Land. Gott hat was, Gott kann es nicht uns geben, weil das sind so viele riesige Menschen, die werden uns bekämpfen. Aber Gott sagt, Tät, ich gebe euch dieses Land. Die glauben einfach Gott nicht. Aber meinem Knecht Galeb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Samen, seine Nachkommen, soll es als Erbe besitzen. Gott sagt, dieser Mann, in dem ein anderer Geist ist, er wird das Land besitzen, er wird meine Gunst haben und ich werde ihn segnen. Und Gott segnet heute jeden in meinem Leben, wenn wir Gott vertrauen, Gott treu sind, wenn manche Dinge heute wir nicht verstehen, bleib Gott treu, vertraue seinem Wort, geh einfach den Weg, einfach geradeaus, nicht links oder rechts, schau nicht auf Menschen, schau auf das, was Gott sagt. Damals konnte Kaleb und Joshua auch sagen, die Zehn sind gekommen und die Zwölf und die Zehn haben gesagt, nein, 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 das geht nicht. Die Zwei haben gesagt, nein, das geht. Wenn unser Gott für uns ist, was kann uns unmöglich sein? Nein, die sind gegangen, die sind ja und die Zwei, die konnten damals in das gelobte Land einmarschieren. Die Zwei, aber das ganze Volk musste sterben. Und warum? Weil in ihnen ein anderer Geist war und die wussten, dass ihr Gott ein starker Gott ist. Und genau das hatte auch Daniel in unserer Geschichte hier gehabt. Er hat diesen anderen Geist, den Geist Gottes gehabt. Und da sind die Menschen neidisch geworden. Wir kommen mal zu Matthäus 27, auch unser Herr Jesus. Er war ein starker Mann damals. Er war ein Volk des Heiligen Geistes. Er hat Predigtes Evangelium in Israel, dreieinhalb Jahre. Aber da waren auch Menschen, die gegen ihn waren. Die Pharisäer, die Sadduzeer. Und wisst ihr, warum es passierte? Ich lasse es nochmal lesen. Matthäus 27, Vers 17 und 18. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse? Parabas oder Jesus, den man Christus nennt. Denn er wusste, Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Pilatus, er war nicht in diesem, er war nicht mit Juden sehr, er wollte mit Juden nichts zu tun haben. Er war nur Prokurator hier in Israel, in Jerusalem. aber er wusste, er hat es erfahren, dass sie aus Neid jetzt Jesus wirklich ihm gebracht haben, damit er Jesus kreuzigen soll. Aus Neid. Und wisst ihr was? So vieles geschieht heute aus Neid. Wenn die Menschen neidisch werden, wenn die Menschen böse werden. In Jakobus 3, Vers 16 sagt uns Jakobus auch dieses Wort. Zur Gemeinde spricht er heute. Den, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Sehr interessant. Neid. Werde nie neidisch auf deine Nachbarn, wenn er zwei Autos in der Garage hat oder wenn er, was auch immer. Werde nie neidisch. Das ist so hässlich, wenn die Menschen neidisch werden, wenn die Menschen wirklich, ja, und selbstsüchtig sind. Da ist Unordnung und jede böse Tat. Früh oder spät geht es auf. Wenn die Menschen wirklich, das wird kommen, der Neid wird aufliegen. Und das haben wir bei diesen Männern, werden wir gleich sehen und bei Jesus, bei den Pharisäern ist aufgeflogen, weil sie neidisch waren auf ihn, weil er besser zum Volke stand und viele, wirklich viele schätzten Jesus, aber die könnten es Jesus nicht. Wir kommen zum dritten Punkt auf unserem Zettel. Satan unternahm seinen letzten Versuch, Daniel, den Mann Gottes, zu stoppen. Er setzte die Politiker des Reiches gegen diesen auf. Daniels Treue war im ganzen heidnischen Reich bekannt. Zudem konnte ihm niemand Nachlässigkeit oder gar eine Schuld nachweisen. Durch ein hinterlistiges Gesetz wollten die Stadthalter einen Weg finden. Daniel zu verleumden. Alles, was sie benötigen, war die Unterschrift des Königs Darius. Die Männer, die machen sich jetzt eins und die sagen, wir kennen Daniel nicht finden, in seiner Untreue oder dass er dem König nicht treu ist oder dass er in seinen Geschäften nicht nachgeht. Er war treu und darum konnte keiner ihn da jetzt verleumden. Und darum, meine Lieben, ist wichtig, wenn wir einen Chef über uns haben, lasst uns treu sein. Wenn auch keiner sieht, wenn auch niemand sieht, aber Gott sieht das und Gott schätzt die Treue, Gott liebt treue Menschen, Gott schenkt auch den treuen Menschen seine Berufung, er gibt seine Pläne ihnen zu kennen, dass er beruft solche Menschen. Gott mag treue Menschen, Gott will treue in uns sehen. in Sprüche Kapitel 10 Vers 18 sagt Salomo ein sehr interessantes Wort. Sprüche Kapitel 10 Vers 18 Der Hass verbirgt, wer Hass verbirgt, hat Lügen, Lippen und wer Verleumdungen austrägt, ist ein Tor. Und ich glaube, wir können auch das anders sagen, wer Lügen, Lippen hat, er verbirgt Hass. Genauso wie man Hass verbirgt, hat man Lügen, Lippen und genauso, wer lügt heute in seinem Herzen, ist Hass. Er kann nicht etwas gerade oder er kann nicht die Wahrheit sprechen, weil da sind Dinge in seinem Herzen, da sind böse, bittere Wurzeln und darum lügt er und die Verleumdung, wer verleumdet, ist ein Tor oder in anderen Übersetzung ein Dummkopf. Wer verleumdet die andere, das ist wirklich ein Mensch, der ein Tor ist, ein Dummkopf, er bringt auf sich das Gericht Gottes. Darum, lass uns immer die Wahrheit reden, lass uns offen sein, lass uns treu Gott dienen. In der von Barung, Kapitel 2, sagt Jesus zu der Gemeinde in Smyrna, er spricht und sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Schaut mal, er sagt, ich kenne, dass du arm bist, ich kenne auch, dass du so viel Verfolgung erlitten hast, aber du bist reich. Du bist reich. Ich habe dich reich gemacht. Warum? Weil ich in dir bin. Du bist reich. Und die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden oder Gläubige und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich, fürchte nicht von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Es ist nicht gesagt, dass uns Christen immer gut sein wird mit Jesus unterwegs. Wir werden verfolgt, wir werden vielleicht verdammt, wir werden vielleicht verlästert und alles, was die Menschen heute auf die Menschen, auf die Christen sagen, es wird kommen. Aber er sagt, habt keine Angst. Damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang, sei getreu, bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Mit anderen Worten, sei treu, bleib dort treu, wo Gott dich hingestellt hat. Mach die Dinge, die dir Gott gegeben hat, treu, führe es treu aus und Gott wird den Segen überaus dir schenken. Wir kommen zum dritten Punkt. Daniel, oder zum vierten schon, Daniel missachtete dieses Gebot. Der König hat ein Gebot oder ein Dikt erlassen, dass wer, wer in diesen 30 Tagen jemand anders was bitten oder wen bitten wird, Gott oder noch jemand anders, außer den König, der muss getötet werden, der muss in der Löwegrube geworfen werden und der muss dort sterben. Das war dieser böse Plan von diesen Stadthaltern. Die wussten, Daniel ist ein Peter, sie wussten Daniel, Peter zu seinem Gott und sie wussten, auf diese Art können wir ihn fangen, auf diese Art können wir ihn zuschnappen, damit er endlich mal aufliegt, dass er, wir wollen ihn nicht haben, wir wollen ihn ja töten und der König muss unterschreiben dieses Edikt und Daniel hörte von dem, was tut er. Ist er erschrocken? Nein. Daniel missachtete dieses Gebot. Mir ist es egal, was der König sagt, mir ist es egal, was die jetzt sagen, mir ist es völlig egal. Ich tue, was Gott mir sagt. Mir ist es egal, was die Politiker sagen, mein Lieben. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Amen. Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Nicht die Menschen haben was zu sagen in der Gemeinde Jesus, sondern Gott. Nicht der Cäsar ist das Haupt der Gemeinde, sondern Christus Jesus. Amen. Und darum sollen wir auf Christus hören. Und Daniel, er wusste es, was die Menschen sagen und sogar wenn der König das sagt, ich vertraue meinem Gott. Daniel missachtete dieses Gebot. Die Treue und Liebe zu seinem Gott war größer als die Angst vor dem Tod in der Löwingrube. Wie auch zuvor betete er weiterhin dreimal am Tag in seinem Zimmer zu Gott. Ungern jedoch wollte der König die angedrohten Konsequenzen Daniel gegenüber erfüllen. er wurde verhaftet. Die haben ihn geschnappt und zum König geführt. Der König wollte es nicht. Er war ein toller Mann. Aber weil er unterschrieben hat, musste er das tun. Dennoch wurde dieser in die Löwingrube geworfen. Das Siegel des Königs sollte jede Hilfe für den Diener Gottes unmöglich machen. Und er hat es versiegelt, dass jeder weiß, dass er dort drinnen bleiben muss. Dass keiner ihn von seinen Freunden vielleicht rausholt schnell. Daniel war aber treu, wie gesagt. Eben war es egal, was der König sagt. Er liebte seinen Gott. Er liebte seinen Gott und er betete zu seinem Gott und er wusste, sein Gott kann Unmögliches möglich machen. Amen. Lass mal Epheser Kapitel 5 Vers 1 bis 2 lesen, wo uns Paulus einen wunderbaren Rat gibt. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, nicht Menschen Nachahmer, nicht Menschen folgen, sondern Gott sollen wir nachahmen, Gottes Nachahmer sollen wir werden und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also, dass wir heute Gott nachahmen, viele ahmen heute ihren Idolen nach, Sportidolen, verschiedenen Stars, aber wir sollen Jesus Christus nachfolgen oder ihm nachahmen, was Christus tut, was Christus gesagt hat, das sollen wir aus der Bibel heraus wirklich für uns nehmen und sagen, Jesus, wenn du so gelebt hast, will ich genauso leben, wenn du gerecht gelebt hast, will ich genauso leben, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft, ich brauche deinen Heiligen Geist, der mich Tag für Tag führt, ich will Gottes Nachahmer werden, die Bibel sagt in Kolosser 3 Vers 1, wenn wir mit Christus auch verstanden sind, dann sollen wir nach dem trachten, was droben ist, wo Jesus Christus zu Gottes Rechten sitzt, das soll man nachahmen, das ist unsere heute Aufgabe, Christus nachahmen, Christus gleich werden, in 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 11 und 12 spricht Paulus zu seinem zu seinem Jager geliebten Sohn, wer ist ein Glaubenssohn, er sagt, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen, wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. da gibt es noch ein Wort, wenn wir untreu werden, bleibt Gott trotzdem treu, bleibt Gott trotzdem, das fasziniert mich immer, er sagt, wenn wir auch untreu werden, ist Gott treu, weil Gott ein treuer Gott ist, aber hier sagt er, dass wenn wir mitgestorben, mit Christus, dann werden wir mit ihm leben. In unserer Taufe haben wir gesagt, Herr, ich sterbe, ich gehe jetzt unter das Wasser, ich sterbe für dich, für diese Welt und ich stehe auf zu einem neuen Leben. Hat jeder von uns das gesagt mal, oder? Ich stehe auf zu einem neuen Leben, ich will mit dir leben, ich will zu dir und mich bekennen. Und er sagt, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mit ihm leben, in aller Ewigkeit, heute schon und dann die ganze Ewigkeit und wenn wir standhaft, wenn wir bleiben, Gott in seinem Wort bleiben und egal was kommen wird, standhaft bleiben, werden wir mitherrschen mit ihm, mitherrschen. Ich weiß nicht, wie es sein wird eines Tages im Himmel, aber ich glaube, herrschen wir heute schon. Über was herrschen wir? Über die Sünde, über alles, was heute unrein, unecht ist, böse ist, herrschen wir. Wir tun das nicht, indem wir das nicht tun, herrschen wir schon. Amen. Wir herrschen über das, was nicht okay ist und sagen, das machen wir nicht. Die Welt sagt, das machen wir. Wir sagen, das machen wir nicht, weil wir zu Gott gehören und da braucht man manchmal Ausharren, manchmal Kraft zum Widerstehen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen und darum ist es wichtig, dass wir uns zu Gott heute halten, seine Nachahmer bleiben. in Matthäus 27, 62 und 66, schon eine Geschichte, wir sind in der Passionszeit heute und da geht es um Jesus nochmal, um sein Sterben. Lass uns mal das noch anschauen. Das hat mir so, habe ich diese Geschichte nochmal, wo Jesus auch in das Grab gelegt worden ist und auch dieser Stein, wo hier die Soldaten aufgestellt haben, das Grab wurde versiegelt. Genauso wie bei Daniel, damit nichts passieren sollte. Aber bei Gott, wenn Gott ein Wort spricht, er kann aus den Toten aufwirken, er kann den Löwen, den Rachen zustoppen. Amen. Und bei Gott ist nichts Unmögliches. Und hier, schaut mal, diese Geschichte. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferstehen. So befiehlen nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag. Sie haben Angst, geht von dem toten Jesus. Sie haben Angst, geht, dass da etwas passieren wird und sie baden den Römer, dass er seine Soldaten dahin steht. Schaut mal, wie der Mensch, wenn er von Gott Angst hat, wenn er etwas verbrochen hat, wenn sein Gewissen unrein ist, dann macht er alles, alles, was in seinem bösen Herzen ist. Damit nicht etwas seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden, das befürchtet ihn sich und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelt den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Ein toter Mensch muss auch bewacht werden. Das heißt, da haben die etwas gespürt, die wussten, da wird etwas kommen, da wird etwas kommen, das ja, und die haben gesagt, ja, wir wollen nichts, alles da, ja, sterben lassen, auch, dass die Jünger nicht kommen und ihn stellen, dass sie eines Tages große Lügen ausbreiten, aber wir wissen, die Jünger hatten auch Angst gehabt, die sind auch abgehauen von dort, aber Gott, er hatte etwas Gewaltiges getan. Wir kommen zum letzten Punkt, Daniel ist in der Löwengrube, der König, er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und ich weiß nicht, hat er zu welchem Gott gebetet, wird uns gesagt, aber er, der Daniel war ihm so schade, dass er jetzt in der Löwengrube gelandet ist, aber er hat gedacht, er hat gesagt, Daniel, Daniel, dein Gott soll bei dir sein, dein Gott wird dich retten und er hat die ganze Nacht nicht geschlafen, frühmorgend kommt er an diese Löwengrube und ruft, Daniel, Daniel, bist du da? Daniel sagt, ja, ich bin da, mein Gott hat mich beschützt, weil ich treu dir war, ihr habt nichts Unrechtes gegen dich und dein Volk getan. Gott hat die Rachen dem Löwen verstopft und da war bestimmt ein Engel gestanden und da konnte kein Löwe ihm was antun. Als er rausgezogen worden ist, war kein Kratzer an ihm, war nichts. Daniel war wirklich lebendig. Zur großer Freude und Überraschung des Königs wurde Daniel am nächsten Morgen lebend aufgefunden. Kein Schaden wurde an ihm gefunden. Daniel, der Mann Gottes, war unschuldig. Nun mussten seine Verleumder gemeinsam, mussten seine Verleumder gemeinsam mit ihren Familien, mit ihrem Leben bezahlen. Der Neid und die falsche Anklage kamen ans Licht. Daraus gebieteten den Gott Daniels im ganzen Reich zu fürchten und zu ehren. Früh oder spät, meine Lieben, kommt Neid und falsche Anklage ans Licht. Spätestens am Gericht Gottes. Viele versuchen heute vielleicht irgendwas zu vertuschen, aber irgendwann wird das alles ans Licht kommen. Jesus Christus hat gesagt, es ist nichts Geheimers, was nicht offenbar wird. Es wird eines Tages alles offenbar gelegt vor Gottes Augen. Gott weiß jetzt schon, Gott sieht jetzt schon alles und darum alles, was die Männer damals geplant haben, gegen Daniel hat sich entpuppt und dieser Neid und die falschen Anklagen, die kamen ans Licht und die mussten für das, was sie getan haben, an diesem gerechten Mann Gottes, sie mussten mit ihrem Leben bezahlen, nicht nur sie alleine, sondern die ganze Familie, auch Kinder und Frauen wurden in diese Löwengrube geworfen und die in einem nur wurden sie alle zerrissen von den Löwen und das war so krass und dieser König, der Kyrus oder Darius Entschuldigung, Darius war hier noch, er sagte, er schrieb einen Brief und sagte, überall soll von diesem Daniel und von seinem Gott überall gesagt und gesprochen werden und überall jedes Volk in meinem großen Reich soll diesen Gott Israels fürchten und ehren. Krass, ne? Einer Mann, ein Mann musste wirklich den schweren Weg gehen, damit viele Millionen Menschen das hören sollen, von diesem Gott Israels erfahren sollen und so ist oft in unserem Leben, meine Lieben, einer hat damals vor 2000 Jahren wirklich ein Opfer gebracht, nämlich Jesus Christus und heute sind Millionen, Millionen Menschen, Milliarden, die von ihm gehört haben und die an seinen Tod und auch Verstehung glauben. und so ist auch in unserem Leben oft, manchmal muss man etwas, mit etwas, ja, ein Opfer bringen, etwas auf den Altar legen, für unsere Familien, wenn sie noch ungläubig sind, für unsere Verwandte, bekannte, Freunde, da muss man einen Weg gehen, da sollte man beten, da sollte man nicht jetzt gleichgültig durch die Welt gehen und sagen, irgendwie wird Gott schon was tun, nein, lass uns Opfer bringen für unsere Mitmenschen, für unsere Familien, für Menschen heute in unserer Stadt, die ohne Gott leben. Jemand musste damals diesen Preis zahlen, es war sehr hoch der Preis bei Daniel, er wusste nicht, ob er lebend aus der Grube rauskommt, aus der Löwengrube, aber Gott hat einen Plan gehabt, Gott wusste, ich werde diesen Mann schützen, weil er treu zu mir ist und Gott will uns heute gebrauchen, jeden Einzelnen, dort wo wir sind, dort wo wir zu Hause sind, wo wir arbeiten, wenn wir treu sind, meine Lieben, treue Daniels ist heute gefragt in unserem Land, Gott braucht treue Männer und Frauen, die wirklich gerade stehen für das, was Gott sagt, die gerade stehen und nicht nachgeben, nicht nachgiebig werden und sagen, ja, irgendein geht schon, ich kann auch das tun und jenes, nein, das, was das Wort Gottes sagt, lass uns dafür halten, an dem Wort uns orientieren, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 bis 3, sagt uns, Petrus, er gab aber euch auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, schaut mal, auch solche Menschen werden aufstehen, die eines Tages vielleicht den Herrn erfahren haben, erlebt haben, seine Rettung, seine Erlösung, vielleicht seine Heilung und sie werden ihn verleugnen, sie werden ihn verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihren Willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Nochmal, Gott sieht alles und jeder, der Böses tut, wird eines Tages ernten das, was er getan hat, ob er es will oder nicht. Es ist selten, dass die Menschen Buße heute tun. In 1. Korinther Kapitel 3 wird uns gesagt, dass jedes Werk, dein und mein Werk wird durchs Feuer gehen müssen, durch das Gericht Gottes, mit anderen Worten, jedes Werk, ob es gut oder nicht gut war und wenn das durch das Gericht Gottes geht und wirklich fest bleibt, nicht verbrennt, dann wird es mit uns oder in die Herrlichkeit hineingehen, die guten Dinge, die wir getan haben, aber wenn unsere Werke, die wir auf dieser Erde getan haben, böse sind, Gott nicht gefährlich sind, dann wird alles verbrennen. Wir werden, Paulus sagt, gerettet wie durchs Feuer, aber das, was hier wir getan haben, in unserer Lebzeit, das wird hier bleiben, das wird verbrennen. Darum lasst uns heute gute Werke tun, lasst uns Gutes tun, nicht wie die Menschen damals mit betrügerischen Worten wirklich heute unterwegs sein, sondern gute Werke für Jesus Christus. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 sagt uns Jesus zu dieser Gemeinde, er sagt, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung oder griechisch heißt es auch die Trübsal, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Es heißt, die Versuchungen oder die Versuchung wird kommen über jeden, der heute auf dieser Erde lebt. Schon in allen Jahrhunderten waren die Versuchungen und die schwere Zeiten waren schon und die werden noch kommen. Die Zeiten werden kommen, aber er sagt, ich werde dich bewahren, ich werde dich bewahren vor dieser Stunde, weil du an meinem Wort festgehalten hast. Ich werde bei dir sein, ich werde dich segnen, ich werde dich beschützen. Wenn du treu bleibst, werde ich bei dir wirklich, werde ich dich segnen. Und wir kommen zum Schluss, ich will mit dem letzten Wort aus Judas Brief, Vers 24, 25, dieses Kapitel, Kapitel 6, Buch ist Daniel, ja, zu Ende führen. Judas, Vers 24 und 25. Und das sagt uns dieser judasische Halbbruder Jesu, unseres Herrn. Er sagt, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein, weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit, Meistage, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Er sagt nochmal hier, dem aber, der euch wirklich ohne Straucheln bewahren kann und der will uns auch ohne Straucheln, ohne dass wir irgendwo fallen, irgendwo, dass wir in die Sünde fallen, er sagt, er will euch bewahren, er will euch segnen, er will bei euch sein und er will auch wirklich euch eines Tages vor sein Angesicht der Herrlichkeit stellen. So ist unser Gott. Er hat Daniel bewahrt, er hat Daniel gesegnet, er hat Daniel gebraucht und wir sehen, Daniel ist viele Jahrhunderte später auch bekannt, bis auf heute kennt jeder, jeder Daniels Treue. Er blieb treu. Er hat nicht gezweifelt an seinem Gott, er sagt, egal was kommen wird, ich bleibe meinem Gott treu. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir von dieser Treue Daniels lernen heute. bleib treu wie Daniel. Amen. Amen. Lass uns bitte aufstehen zum Gebet. Vater, danke, dass du uns in diesem Buch Daniel, diesen wunderbaren Mann Gottes, nochmal gezeigt hast, wie er dir gedient hat, ohne Furcht und Scheu. Egal was da kam auf ihn, auch dieser König und mit allen seinen Satrapen gegen ihn sich gestellt haben, aber er blieb dir treu. Er wollte seinem Gott treu bleiben, egal was kommen wird, wenn er auch in den Toten gehen wird, aber er blieb seinem Gott treu. Danke, Vater, für Daniel. Danke für sein Vorbild. Und Herr, ich bitte, dass du uns zu solchen Menschen heute machst, die treu sind, dir deinem Wort glauben, die dir merken, heute als draußen den Menschen. Egal was die Menschen heute uns sagen, wir wollen dir, unserem wahren, lebendigen Gott treu bleiben. Bitte segne uns, Herr. Ich segne jeden Einzelnen von uns. Lass uns dieses Wort in unseren Herzen gefallen sein. Wir in guten Samen und aufgehen, damit wir, Herr, immer wieder neu lernen, dir nachfolgen, dir treu dienen, bis du eines Tages uns zu sich holen wirst. Jesus, wir beugen uns vor dir jetzt. Wir beten deinen mächtigen Namen, Jesu, an. Und danke, Herr, dass du uns mitnimmst, dass du uns in der Hand genommen hast und führst Tag für Tag und dass wir eines Tages dich schauen werden. Jesus, ich segne jeden Einzelnen von uns. Lass die Kraft und die Salbung auf uns fließen. Lass uns erleben, Herr, wie du uns nahe bist, Tag für Tag, wie du uns unsträflich, wirklich eines Tages vor deinen Vater stellen wirst. Danke. Wir erheben dich, wir loben dich und wir beten dich an. Im Namen Jesu, Vater. Amen. 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 Vielen Dank.